Wow, war das geil, viele Credits. Markus hat, glaube ich, den nächsten gefunden. Und mit dem Crash geht's bei mir weiter, Leute. Ich spiele den V-A. Okay, da ist Blitzy Blitz, ich habe Blitzy Blitz auch noch hinterher. What the fuck, Hilfe bei mir, what the fuck? Wo denn? Ich bin so gut wie tot. Ich habe keinen Schild mehr. Ja, wo denn? Ja, wo denn? Ich bin ja gleich wieder da. Nein, da hinten. What the fuck? Da hinten ist der Armee von 6,7 Leuten, hier die Gang vor. Ja, das weiß ich. Ich habe jetzt fast alle von denen weg. Jetzt habe ich alle. Ah, ne, da oben kommt schon wieder die nächste. Ja, ich bin ja gleich wieder da. Und hab wieder volle Munition. Voll rein. Futo ist eben ist der Cheater. Geht immer raus, um es nicht nur Muniz zu holen. Nach 10 Minuten die Aufnahme flack. Achtung, das Panzerglas ist fast kaputt. Nichts drauf schießen, Futo. Das geht nicht kaputt. Wess hier hat schon Risse? Das geht nicht kaputt, guck doch. Ja, genau, weil einfach deine Munition wieder im Panzerglas und beschwer dich dann, das ist zu wenig. Alter. Na ja, so rennt es halt durch die Kamera. Nein, ich habe das Ding da oben abgeschossen, dem ich ging das Schild an. Oh, ich brauche keine Muniz mehr. Oh, ich habe doch erst geklappt. Ich habe doch erst geklappt. Aber da hinten ist irgendwas. Oh, geil, guck mal, was ist denn das? Oh, geil, guck mal, was ist denn das? Hier hinten ist die Atensäule, die wir holen müssen. Was kann ich noch machen? Aquana, was ist das? Oh, Sven, muss ich mal gucken, mal filmen, weil das ist doch cool. Gleich. Guck, ich finde das geil. Ihr müsst aber hier hin. Futo, jetzt guck doch mal. Wo bist denn du? Mit uns. Ja, dann warte dir mal. Foto, wo bleibst du denn? Jetzt warte doch mal. Wir müssen da eh irgendwann wieder hin, wo du bist. Jetzt guck dir das so an. Wir müssen da eh wieder hin. Guck mal, was ich machen kann. Ja, der kommt doch her. Aber der muss gleich gehen, ne? Ja, du kannst schießen, ne? Nein, das sind halt ganz viele Roboter, deswegen. Ne, guck mal, guck mal hier. Jetzt. Ich schieße mal weiter, aber ich will die Sterbe. Ich kann nix machen in der Zeit. Der war da. Ballett, Alter, oder was? Ich hab die ganze Zeit. Was ist denn so? Kuma? Oh, den hast du aber jetzt zerhackt. Äh, ich hab irgendeinen Datenträger in der Hand. Ja, wir brauchen vier Stück mehr. Dann öffnet die Türen bitte. Weil ich kann jetzt nichts mehr tun. Ich hab nur noch meine Pistole jetzt. Ja, du hast einen Datenkern in der Hand, deswegen. Ja, wollt ihr die Tür noch öffnen? Markus? Ja, ich drück's schon. Achtung, Achtung, Achtung. Okay, ich auch. Okay, ich auch. Cool, wenn Markus, wenn du halt gehen musst, dann musst du halt, ne? Dass die Missionen so lang gehen, hätte ich's aber auch nicht gesagt. Aber jetzt haben wir zwar auch bei der Aufnahme gesehen, wie was so ein Ding hackt, weil ich hack die ja eh die ganze Zeit. Ja, was soll ich denn machen mit dem Spiel? Fuck das bei mir. Nein, ich mein, jetzt hab mir ne Aufnahme mal gesehen, wie man die Digger hackt, weil ich hab ja dauernd nicht gehackt. Also. Oh, meine Wurfmesser sind irgendwie nicht so effektiv. Oh, jetzt hab ich meine Wurfmesser auf Level 9. What the fuck. Alter, was da geht noch? Brauchst du nicht mal skopen? Also, wenn ich mein, wenn ich mein Dings nehme? Hä? Irgendeiner ist noch hinter uns und einer ist noch vor uns von den Daten. Wo bist du? Alter, bin ich schon wieder so ein Scheiß Laser Dings reingerannt. Leute? Ja, ich bin mal Markus und Hälfte. Ja, und mir helfen mal der... Ja, wenn du wieder alleine in andere Richtung gelaufen bist. Ich hab schon wieder keine Munition mehr gleich. Ich hab schon wieder keine Munition mehr gleich. Äh, Sven findet ihr, ne? Wo musst du, glaube ich, hin? Hä? Hä? Wo seid ihr? So ist er wieder hackt, hier. Hier ist der nächste Energiekern. Jetzt hab ich zwei dabei. Ja, trafst du dir ein bisschen. Ja, weil dann könnt ihr eure Hauptwaffe benutzen. Ja, Tür öffnen. Äh, hier müssen wir doch nicht hin. Ne, wir haben die Ging vergessen. Hier müssen zurück. Zwei Stück müssen da hinten nach sein. Ja, super. Okay, jetzt können wir hier mal einen geilen Run machen. Und mal die... What the... Und die Lauffähigkeiten vor dem Spielzeug... Alter, was ist jetzt los? Jetzt wird es Party. Wow, was ist geil, viele Credits. Markus hat, glaube ich, den nächsten gefunden. Ah, ne, doch noch nicht. Oh, da ist schon wieder so ein Thron. Heini. Jo, ich zeig hier einfach mal die Running Skills. Die es hier im Warframe gibt, weil das ist verdammt geil. Das muss ich sagen, ist ja im Spiel verdammt cool umgesetzt. Ich mach mal den Rücken sauber so lang. Boah! Schon wieder geht hier einfach so Laser Shield an. Aua! Wo sind der? Was zieht das komplette Schild ab, ne? Ach, ne? Okay, warte, ich hab das Ding gesiegt. So, und jetzt hier hoch. Ja, ich hab wieder eins. Ich hab zwei. Aktiviert die Zugangsterminal. Es sollten den Drang weiß geben. Äh, irgendjemand von euch sollte vielleicht den Alarm klack gehen. Ja, ich komm schon, ich komm schon. Ich glaub, irgendwo gegen Alarm an. Werde ich die ganzen Terminals hack? Ich komm, ich komm, ich mach, du lauf, du weiter. Ich hab alle. Gut, ich hab alle. Jetzt müssen wir wieder fliehen. Naja, hätten wir ein bisschen schneller haben können, aber... Ja, wenn wir halt mit zwei Lappen spielen. Ja, wir wussten ja nicht, in welche Richtung der Ausgang ist. Es gab zwei Richtungen mit zwei Datendingern jeweils. Alter, wie schnell ich mich hier durch die Welt backen kann. Achtung Scheiße, jetzt sind ja wieder Gegner. Und ich natürlich nur mit Wurfmessern. Ja, warte, Alter. Ja, ja, einen hab ich gleich. Ich hab's schon in Metzleet. Alter, was da wieder kommt. Ich hab's schon in Metzleet. Ja. Mit den Sturmgewehren, oder was? Ne, du musst einfach mal mehr Schnitzeln nutzen. Ja, deswegen, dafür brauchen wir Sturmgewehre. Das geht mit... ...dem Ding nicht. Glaubt ihr mal, ich hab' eine Rückendeckung. Ja, Rückendeckung, welche dritte. Dem Toto ist ja ziemlich gut geeignet. Nämlich hinter uns kommt eine ganze Armee. Und vor uns auch. Ja, ich bin mal... Mal weg. Also hinten, ich will nicht stehen bleiben. Hinten kommt noch mehr. Ganz viel mehr. Wer ist denn schon wieder ganz vorne? Mal kurz? Ich mag das ja nicht. Wir sind vorne. Wir sollten ja nicht stehen bleiben. Und du bist so bei mir, Sven. Ja, ja. Ah, ne. Stimmt. Ich bin bei dir. Markus, das kannst du mal heilig ausgehen. Okay, gehen wir über Unterstützung hier. Alter! Da war ja, du hast hier ein MG, was du für Sounds hast. Yeah! Wird erreicht. Jawoll. Und ich hab drei von den Energietrachtenträgern in der Hand. Ne, vier Stück sogar. Portal Weapon Poishy 1 habe ich bekommen. Ich hab' die meisten Kopfschuss-Kills und die meisten Nahkampf-Kills. Gibt's nur meisten Schaden? Ne, warum nicht? Erliten Schaden. Und Leute, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei einer weiteren Folge Warframe. Vielleicht mal wieder bei einem Aufnehmer am Stück. Und damit, Leute, würde ich sagen, es ist das nächste Mal. Servus und ciao. Tschau. Ciao. Bis zum nächsten Mal.